hey und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play lego world wir sind hier immer noch in der lego city ich habe in der zwischenzeit nein ich habe nicht nur hier auf dem stuhl gechillt ich habe offline mal ein bisschen jetzt rufe ich wieder mein gaul da guckt er durch die wand blödes vieh ich habe in der zwischenzeit mal ein paar gegenstände freigeschaltet heißt aber nicht dass wir uns nicht hier weiter umschauen wir gehen trotzdem noch mal in die häuschen rein um zu gucken wie das alles so angeordnet ist vielleicht finden wir ja auch noch den ein oder anderen gegenstand den ich vergessen habe wie zb diesen fernseher hier haben wir die couch schon ja die couch haben da ist sogar eine kleine bildstörungs da ist sogar eine kleine bildstörungs animation drauf sehr schön gehen wir mal in den ersten stock was haben wir hier ist das ein anderes bett hier gibt es ein ich habe wohl doch ein bisschen was vergessen hier gibt es nämlich noch ein bidet und eine dusche und dann auch gleich mal ausprobieren okay ja da ist der wasser strahl genau an der richtigen stelle und für diese aktion gibt es natürlich auch wieder stats und jetzt haben wir schon wasser von unten dann nehmen wir uns auch noch ein bisschen wasser von oben erstmal ausgerutscht der boden war wohl nass mal gucken ob die frisur so bleibt wie sie ist genau keine stelle vergessen schön waschen er sinkt auch schön unter der dusche herrlich so dann gehen wir mal wieder nach unten und ja ich würde sagen direkt ins nächste haus noch schön hier mit der terrasse so in dem turm waren wir schon gucken wir mal hier rein was es hier so gibt ich glaube ich brauche einen anderen kopf da muss ich nicht dauernd meinen gaul ruf was haben wir denn hier eine würstelbraterei habe ich aber schon aber die kann man nicht benutzen ich habe das muss ich euch dann auch gleich noch zeigen schade die kaffeemaschine kann man auch nicht bedienen einen auf einem dach auf so einem ja auf so einer dachterrasse einen grill gefunden den gucken wir uns gleich noch mal an hier hat jemand seinen computer angelassen wichtige daten die geschützt werden müssen so wenn ich jetzt noch wüsste wo das war mit dem dach aber äh was ich euch ja auch noch versprochen habe wir gehen jetzt erst noch mal ganz schnell hier in den das ist nämlich ein ganz süßer fahrradladen was ich euch auch noch versprochen habe und das können wir ja auch gleich mal ausprobieren ist diese greifhaken pistole dieses greifhaken gewehr und damit können wir uns mal auf die dächer von den häusern ziehen so süß hier mit einer kleinen werkbank süß gemacht so wir rüsten uns mal aus mit der greifhaken pistole und spielen mal ein bisschen batman wie funktioniert das jetzt also so greifen uns mal hier dran und los geht's hat ja super geklappt da kann man sich jetzt hier von haus zu haus schwingen wenn man das dann mal kann und hier sind wir auch schon beim grill hervorragend so wer hat hunger wer möchte ein würstchen ich mache da mal was klar schmeckt es gut was auch wirklich schön ist das ist auch neu das kenne ich so nicht sind diese dachfenster hier diese wie nennt man sie oberlichter das ist jetzt hier der vom feinkost laden da waren wir ja auch schon drin nur noch nicht halt wie gesagt auf dem dach es gibt hier überall was zu entdecken wobei ich sagen muss das ist wie gesagt eine relativ kleine stadt hier das hätte ich gerne ein bisschen größer gehabt aber mal gucken wird nicht die letzte stadt sein die wir besuchen ich würde sagen solange wir hier nicht von einem auto über den haufen gefahren werden das auto habe ich noch nicht das hat geleuchtet gerade wenn wir uns mal weiter umschauen und dafür steigen wir hier in den buggy und fahren mal nicht den und fahren mal nicht den ja genau direkt in die hauswand rein wer bist denn du der hat eine lustige brille auf sandige dünne sandige dünnen materialien freigeschaltet nasser sand können wir dich auswählen können wir dich auswählen gerade bleibt mal stehen wer bist denn du meck meck cloud ähm erinnert mich so ein bisschen an zurück in die zukunft ich werde dich einfach liebevoll meck meck nennen dann wissen wir wer gemeint ist so hier ist ein kamel das kamel haben wir auch noch nicht oder äh umfallt tot ne du willst ans wasser ähm bringen wir mal das kamel ans wasser würde ich sagen oder wenn wir hier irgendwo wasser finden ach du scheiße da wird einem ja schon vom zusehen schlecht da ist wasser mal gucken ob ihm das genügt hier äh ups jetzt wollte ich einen strömmer rumreiten jetzt sogar okay oh da liegen ganz viele tolle neue sachen so hier bist du im wasser was macht denn jetzt vollen dreck denn es gemacht ich glaube das kamel ist zufrieden wenn es kamel zufrieden ist sind wir es auch dankeschön so hier war noch heuballen und haben wir das schaf schon das schaf haben wir auch noch nicht oder ne ok die kiste hier noch nicht das bäumchen hier noch nicht und jetzt tappelt mir die ganze zeit da ist wieder der tappelt uns die ganze zeit das kamel rindvieh hinterher warte mal ich ähm tut mir leid aber tschüss so haben wir denn einen roten apfel ähm bleib doch mal stehen bitte ich möchte dir einen roten apfel hallo boing boing bleib doch einfach mal stehen jetzt äh super den roten apfel wollen aber dann nicht was ist denn jetzt da wird einer verprügelt der konnte sich ins wasser retten sehr schön so hier ist noch ein gelbes blümchen das ist doch jetzt nicht wahr oder wir durchforsten die komplette westernwelt und hier steht jetzt einfach dumm ne kuh rum gut hier hast du dein äpfelchen und jetzt haben wir auch endlich die kuh die uns auch wieder hinterher tappelt nein such den zu hause mensch da reitet eine frau auf eine ziege die ziege haben wir auch noch nicht die ziege haben wir auch noch nicht hm ominös ominös jetzt ist sie oh oh jetzt wären wir beinah über den haufen gefahren worden hab dich jawohl und jetzt kriegt er auch direkt noch eine verpasst von von der Mumie haben wir die Mumie schon ich blick hier nicht mehr durch das ist zum kotzenrecht nein die Mumie haben wir nicht das heißt für uns die Mumie ist ein böser Charakter wir suchen uns wo ist denn unsere schwarze Axt da und los geht dat hallo liebe Mumie ich möchte doch nur kurz mit dir reden jetzt habe ich den Schmetterling kaputt ah geh doch weg kannst du mal da runter kommen vielleicht der will uns echt über den Haufen fahren oder aber wir haben die Mumie nein nicht pfeifen Mumie einstecken schnell oh Kauto haben wir noch nicht und wir haben wieder nach unserem Pferd gepfiffen so was ist denn jetzt hier mit der Ziege die Ziege möchte ein Äpfelchen und wir haben ein Äpfelchen bitteschön schnell die Stubs einsammeln und natürlich auch die Ziege dürfen wir nicht vergessen dafür klauen wir jetzt sein Auto und tschüss wer wer bist du hä wer bist denn du wer zum Henker ist das denn ist der gut oder böse oder einfach nur neugierig jetzt laufen sie die Ziege wieder hinterher und tschüss Ziege hallo wollen wir mal winken ach ne winken kann ich ja wieder nicht dann rufe ich wieder meinen Gaul ähm sollen wir es probieren ich traue mich nicht das Auto kriegen wir auch grad wieder geklaut sehe ich der hat uns einen Kussmund zugeworfen vielleicht sollten wir erstmal gucken was mit dem ist Anubiswächter ok hm sollen wir es wagen wir wagen es da steht noch einer nehmen wir den ok wir nehmen auch den nicht dann gibt es wohl eine andere Möglichkeit äh tut mir leid tut mir echt leid hier ist wieder das Ende der Welt da können wir auch grad mal ein Screenshot machen das sieht sehr schön aus gerade einen kleinen Moment so da steht noch eine Palme die wir nicht haben und dann gehen wir mal in die andere Richtung hier über den Berg drüber große Palme hier so das sieht jetzt hier mit dem nassen Sand und so bisschen aus wie weil was versteht was bist denn du ganz kurz im Blick wer ist das hallo Entschuldigung wer sind sie der Kriegermumie das heißt der Kriegermumie werden wir wahrscheinlich auch wieder nur äh mit dem schwarzen Ballchen äh dran kommen wir er hat er zuerst zu gehauen ihr habt es alle gesehen so hast du jetzt davon schwarzen Skorpion haben wir den schwarzen Skorpion ja den haben wir da rennt noch einer mit so einem Safari Hut rum gucken wir mal ob der was will oder was der will ähm nix nur gucken die Aussicht genießen wer kriegt denn da hinten auf die Mütze mit gelbem Herzchen wer bist denn du huhu das ist eine schwarze Eule bleib doch mal grad oh diese Vogelfiecher jetzt ist sie zu weit weg komm doch nochmal zurück bitte ne natürlich nicht was macht sie denn jetzt schützt sie ab nochmal hinterher ein Stück ne jetzt fliegt sie in die Stadt ach du blödes Vieh so wer war denn jetzt hier diese Dame im Kleidchen wer bist denn du ägyptische Kön- oh Klopatra hallo hallo also ich bin zwar nicht Cäsar aber ich hab ne tolle Frisur hallo oh bin ich nicht fein genug danke ich so in der Ecke waren wir wir sind hier wirklich an der allerletzten Kante oh da hinten ist wieder der Nachtverkäufer und da ist auch wieder die schwarze Eule die will mich echt ärgern jetzt fliegt sie wieder weg auch Freunde echt das ist doch alles nicht komm zurück oh die haben wir sogar schon na gut so da hinten ist der Nachtverkäufer da gehen wir mal gerade gucken 242.000 Stats hmm mit den Herzchen kommen wir ja eigentlich im Moment gerade gut zurecht oh der hat aber auch einen goldenen Stein was kostet der 100.000 hmm das ist alles ein bisschen arg teuer im Moment das lassen wir mal sein es tut mir leid ich würde gern aber aufgrund meiner finanziellen Situation buddeln wir uns lieber mal hier und gucken dass wir hier einen goldenen Stein kriegen durch den Boden ich glaube da hat es doch eben schon geleuchtet ich bin wieder viel zu dicht dran ja da höre ich sie auch und direkt eine Mumie hallo frech und wir finden ein eines eine Melone da ist noch eine Kiste ok da lassen wir uns mal nicht lumpen und gucken auch da rein der Dreizack von äh Neptun richtig ja würde ich sagen und da ist noch eine Kiste und das ist ein Bug und diesmal nutzen wir ihn aus und da ist noch eine Kiste und diesmal werden wir reich eine große Hütte ja es tut mir leid Lego Worlds aber kriegt das in den Griff ok ich glaube das war eh die letzte vielleicht waren ja einfach auch nur vier Kisten übereinander ja das war's gut wir gehen mal davon aus dass da vier Kisten einfach übereinander gestapelt waren und wir nicht gecheatet haben hier beim jetzt auch ah Stats sehr schön so in die Richtung können wir nicht raus da fallen wir direkt aus der Welt und wenn jetzt nochmal einer sagt die Welt wäre keine Scheibe hat direkt gelogen ihr seht es die Welt ist eine Scheibe eine ziemlich dicke Scheibe aber sie ist eine Scheibe und hier rennt wieder so ein grüner Wichtel komm her los ich bin noch viel Wind schnittiger mit meiner Frisur hab dich bergab kriegt man die immer bergauf leider nie gut nichtsdestotrotz wir müssen mal so langsam in die andere Richtung dahinter wir gehen hier die ganze Zeit in der einen Ecke ab oh da ist nochmal Klopatra vielleicht redet sie eher jetzt mit uns nö blöde Kuh das ist gar nicht das Cäsar und Marc Anton an die gefunden haben würde Kuh so und wir gehen in eine kleine Lava Welt ich hoffe die wird da hinten noch ein bisschen breiter das wäre schön vielleicht finden wir ja unseren Bernard nochmal den ich ja schon eingesammelt hab den ihr aber noch nicht gesehen habt was fliegt denn hier wieder durch die Gegend was haben wir denn hier der Schicksalsberg hat jemand einen Ring dabei? können wir ihn direkt reinwerfen oh oh ja hier hinten gehts noch schön weiter nein Skelett hau doch ab spieß dich auf meinen Haaren auf so was hast du jetzt davon? die roten Viecher haben wir alle Aua Po verbrannt nicht weit genug gesprungen hm aber hier ist irgendwie hier ist tote Hose nix los aber so gar nix hm und schon wieder den Po verbrannt ich glaube ich brauche nachher erstmal eine neue Hose die alte hat Löcher oh heiß 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 Boden heiß so so was haben wir hier jetzt hier irgendwas schönes da sind wieder zwei Kisten die liegen so fabulös nebeneinander die zeigen wir uns grad mal vielleicht sind es ja auch wieder mehrere eine haben wir schon wo ist die zweite? da ist sie abwärts plumps ein paar Stats gibt es auch noch frei aus du darfst ruhig auf die kleine Statskiste schlagen na gut na gut uuuuuh macht er und wir haben einen goldenen Stein jawoll der haut wieder nur auf die St jetzt guck mal wer da steht guck guck nein nicht das Pferd rufen sag mal wieso kriege ich den denn jetzt hier so blöd nur angezeigt jetzt rennt er weg Herrgott im Himmel ach das ist die ach ne das ist auch noch ein Zyklo geh bitte weg ich will nix mit dir zu tun haben schön am Rand lang immer an der Wand lang so dem entledigen wir grad nochmal die Brieftasche und wir gucken in die zweite Kiste dynamit nehmt euch in acht Welt jetzt können wir alles in die Luft springen können wir hier nicht diese die ist verpackt da werden wir auch nicht mehr drankommen schade egal wir klettern dem Tageslicht entgegen hüp 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 einen kleinen Blick hier reinwerfen hier ist alles voller Lava hier ja ja so wer steht denn da ach das ist die Paläontologin glaube ich die will nen will nen was was will die denn mir fehlt nur noch ein letztes Stück für mein Dinosaurier Skelett wenn du einen Dino Zahn hast gebe ich den für die Bauanleitung äh die will nen Dino Zahn ich hab hier noch nirgendwo ein Dinosaurier Skelett gesehen wir schauen uns um wir bleiben in Kontakt soll ich dir meine Nummer geben gibst du mir deine na gut dann nicht so ja wie kommen wir da heiß 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 heute ist wieder Kistenpark und wieder ein goldener Stein schon der Zweite auf dem Weg zu Rang 9 da hinten prügelt sich irgendwas das Herz das nehmen wir mit zup meins so wen haben wir denn hier hallo wer bist denn du ähm die ist ein bisschen traurig jetzt grinst sie wieder und geht du kannst auch mit uns reden hör mal hier haben wir noch jemanden und der redet auch na also was willst du denn ein Bild von was was äh von so einem Kuhschädel haben wir einen Kuhschädel muss man gerade gucken müsst ihr dann wenn dann hier bei den Objekten dabei sein das ist aber nur der vom Saloon hm ich gucke weiter ich gucke weiter 10.000 verschiedene Blümchen hier ist er doch ja bleib stehen wo ist er denn jetzt hin bleib da da ich hab ich kann ich mach hallo hallo bitte du kriegst dein Foto kannst du mir bei der Suche nach dem Knochen des Hürer Hürer Eximino ja du mich auch helfen der hier ganz sicher irgendwo ist ja ich hab ihn gesehen ich hab ihn da selbst hingelegt so wir machen ein Foto von diesem bitte lächeln hallo dein Foto Polaroid direkt ausgedruckt und was krieg ich ich krieg ein Brot ein Brot und dich so das hast du jetzt davon heute ist wieder schlimm hier mit den grünen Männchen ich seh überall grüne Männchen müsste ich mal zum Arzt deswegen ja renn nur in die Lava du Eumel bleib stehen jetzt bleib stehen ja Gott im Himmel du weißt auch dass du nach oben schneller bist als nach unten gell was haben wir denn da für ein Steinchen das ist ein Ecksteinchen fürs Dach Dachplatte 2x2x1 sehr schön oh hier gibt es einen goldenen Stein von einem Charakter den wir nicht haben der wird bedroht seh ich schon auf die Ferne von zwei Trollkriegern und dem eilen wir mal zur Hilfe mal gucken ob wir rechtzeitig kommen wenn wir hier jetzt einfach direkt hier drauf schlagen nein 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 bleib da du stinker wir haben es geschafft und noch ein goldener Stein auf unserem Konto super und was viel wichtiger ist bleib doch mal da bleib doch mal bitte ganz kurz nur ich muss erstmal mein Werkzeug lass mich mal dein mein Werkzeug auspacken kannst du mal gucken so Vulkanforscherin okay so und hier sind wir jetzt wohl am Ende vom Lava Gebiet hier auf dieser Welt und wir sind auch am Ende unserer Folge hier gibt es noch eine Quest von dem Ritter und das ist das warte mal das ist das Traveller's Tales Zeichen ja was sollen wir das etwa verunstalten anmalen ja gut wir sind Punker wir haben immer die Graffiti Dose einstecken ich finde hier werden andere Farben gebraucht aber ich kann mich einfach nicht entscheiden willst du mal na klar will ich so äh wir suchen uns eine Farbe und meine Lieblingsfarbe ist bunt so jetzt müssen wir mal gucken wie wir das machen gut das war's schon wir malen hier noch ein bisschen weiter ja öh was wieso hat er das jetzt wieder weg gemacht hat es mir nicht gefallen oder was dieses Graffiti Farbengedöns liebe ich ja so so eine Seite haben wir jetzt mal buntig gemacht ähm Pferd hallo kannst du mal aus dem danke das sieht klasse aus willst du noch mehr hinzufügen oder bist du fertig ich bin für heute fertig wir müssen noch die Folge beenden so Ritter ab ins Gepäck und damit verabschiede ich mich von dieser Folge und von euch selbstverständlich mir hat es wieder eine Menge Spaß gemacht ich hoffe euch auch wenn ja lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wenn es wieder heißt Let's Play League of Worlds bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen buntes Tee und Tschö, mir rööö.